Wenn man einen Dinosaurier aus China abholt, dann wäre es ziemlich traurig, ihn nicht auf so eine Veranstaltung wie die German Comic Con mitzunehmen. Also haben wir ihn hergebracht und ihr werdet sehen, dass es gar nicht so einfach ist, mit ihm mehr als fünf Schritte zu machen, ohne dass Leute ihn unbedingt vor der Kamera haben wollen. Wo will er denn so eilig hin? Der Dinosaurier, der möchte jetzt zum Autogrammpult, um der Autogramme abzustauben oder zu kriegen oder einfach mit Leuten zu reden. Schauen wir mal. Aber Eddie Miller hat sich gewünscht, dass wir da hinkommen. Wie viele Leute hat er schon gefressen auf der Veranstaltung? Das sind 49 oder 51. Wir streiten uns ein bisschen, denn bei kleinen Kindern sind wir uns nicht ganz sicher, wie wir sie rechnen sollen. Das ist nicht gut für seine Diät. Ich finde, du solltest besser aufpassen, dass er nicht zu sehr zunimmt. Ja, wir werden ihn eine Woche lang auf Strick-Vegetarische Diret setzen, sobald das hier vorbei ist. Und zuletzt, wie viele Schritte könnt ihr machen, bevor der Nächste ankommt und ein Foto will? Ungefähr 0,125. Das ist eine sehr präzise Angabe. Danke, Anselm. Bitteschön. Diese Michonne ist so süß. Ich hoffe nur, dass ihr unseren Innosaurier nicht einen Kopf kürzer macht. Aber ich glaube, sie hat ihn sehr, sehr lieb. Ich schmelze. Ich schmelze. Mel, welches willst du? Kannst du das sehen? Ich glaube, er möchte ein Autogramm haben und er hat sich eins ausgesucht. Das war ziemlich eindeutig. Ja. His name is Malcolm. Malcolm. Malcolm, ist das gut? Ich nehme das als CS. Ich kann nicht sagen, wie ein Dinosaurier. Wie magst du den Dinosaurier? Ich liebe den Dinosaurier. Es ist großartig. Es ist so wunderbar. Du bist überhaupt nicht schädet? Oh nein, ich arbeite mit ein paar Dinosaurier. Okay, also bist du ein Dinosaurier-Fan? Oh, ja. Wir lieben Jurassic Park und Jurassic World in unserer Haus. Okay, so next Christmas, one of these? Ja, für sicher. Shout-out to Mom, wenn sie mir ein Dinosaurier für Christmas kriegt. Okay. Wir geben es nur zu ihm, aber ich kenne Dinosaurier, und er sagt, thank you very much, I love you. Hey, thank you. Yes, it's a great thing. Oh, it's great. Thank you. Thank you, my God. Ever wrestled with a dinosaur before? Yeah, I just did. That dinosaur was going to hurt somebody and I just saved the day. She's going to be okay. I think it's a new... They want to do a show with me now and they're calling it American Ninja. It's a TV series. I think it's coming soon. So what it's about is I save people's lives from dinosaurs and other amazing, dangerous animals. I got to go because someone else is in trouble. Okay. You'll feel better in a little bit. Yeah. No! Okay. You make friends easily. Oh, wonderful. What a very unique friend too, you know? But he's a friend for life. I know he lasts for millions of years. He's a fantastic protector, but a little bit difficult to house train, you know? You have to have a big yard and a big scooper. Oh, yes! Scratch your chin! Hello, handsome boy! Are you married? Would you like a girlfriend? I think he's sad. I think she died a long time ago. It's a tough story. Call me your new girlfriend. Yes, yes, yes. Give me a little kiss like the alien. Yes. I think he's in love. Ha, 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 ha! 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 Es ist ein Esterster. Ich denke, es ist ein Esterster. Ein Esterster. Ich denke, er hat einen Eternat. Ich denke, er hat einen Eternat. Hallo, ich sehe dir. Ich habe eine große Überlegung. Ich habe eine Frage, für mich? Ich weiß nicht, ob ich das nicht. Ich kann die Frage, ich darf das nicht. Ich kann die Leute nicht. Das kam aus der Wrong End. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Was ist Ihr Name? Herr Simon. Vielen Dank, Herr Simon. Vielen Dank, Herr Simon. Vielen Dank, Herr Simon. Vielen Dank. So, noch Fragen? Nein! 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 Vielen Dank. Nein! Nein! Inей! Nein! 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 Ja, ja, ja! Nein, nein! Vielen Dank.